hallo und herzlich willkommen erneut zurück zu arno 1404 mit dabei ist der delfino hallo mal wieder ich habe so ein kleines déjà vu delfino genau irgendwie das haben wir schon erlebt heute genau gut aber davon lassen wir uns nicht beeindrucken gab nicht ein paar kleine technische probleme aber naja so ist es ja technische probleme würde man sie sagen die katze nicht gesehen die noch mal durchs bild gelaufen ist ich habe eine wichtige sache zu erledigen könntet ihr mir dabei zur hand gehen so sie haben die insel eines mitspielers entdeckt genau das schiff fährt da oben der faden schiff zurück das ist halb abgebrannt und es wurde nicht repariert beim letzten mal ich weiß nicht oder noch irgendwas einstellen muss dass die werft auch schiefe repariert sie haben auf einer insel ein gebäude entdeckt so aber ich habe jetzt gerade von dem scheich habe ich einen anderen auftrag bekommen recht ja also nichts mit blockade sondern also meine patrizia hier sind alle happy wir haben alles was sie brauchen klingt doch schon mal nach und jetzt habe ich auch 344 ein reinnahmen und natürlich weniger der merkt sehr 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 eine insel wurde von einem mitspieler ich fürchte ihr habt diese angelegenheit etwas unterschätzt sowas habe ich noch nicht irgendwie doch den platz nein kein platz für ein reparatur das ist natürlich nicht lustig das ist nicht lustig ja das ist ja etwas so dass die schlachterei weil sie kein salz hat genau und das salz brauche ich muss ich hier die sanine ne eine salzbude wenn wir das irgendwas machen und dafür bräuchte die brunnen einer noria lehren sich mit dem wasser zur neige ein gutes geschäft ist mir willkommen soll ich jetzt auch selbst produzieren so ein mitspieler ist in einer stadt zu mehr einfluss gelangt genau hier da ist das das muss ich noch abreißen das habe ich umsonst hier gebaut beim letzten mal sonst gleich passt das wasser da müssen wir auch nachlegen eine produktion kommt zum erliegen da geht's noch ist die frage erlaubt ob ihr ich bin euch für eure hilfe sehr verbunden aber die ganzen meldungen jetzt probieren wir es nur noch einmal was ich muss noch Ach was, ich habe ein großes Handelsschiff bekommen. Ah, jetzt reparieren es. Sehr schön. So, der da. Fahrt da rüber. Der, wie cool ich saß dann. So, schüfft euch. Ah ja. Genau, das müsste jetzt hier alles entladen. Genau, jetzt bis hier wieder. Sohle. Sohle, legt ihr nicht mal ab. Warum nicht? Gut. Das rennt ja mal alles. Okay. So, Schiff ist repariert. Was geht das gleich sonst nur für ein Haus? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Hm. Im Schiff? Achso. Achso. Oh, hat er eine Tür überhaupt auf? Ja, nimmt er. Hm. Geht ihr jetzt alles hier rein, oder nicht? Komm schon. Salam Aleikum. Okay, jetzt weiß ich ja, warum ich hier so wenig Kohle habe. Warum? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ich glaseinkaufe? Und ich will das zu glaseinkaufen, ich will das glaseinkaufen. er bringt wieder genau auf einer handelsroute werden keine waren befördert und die hier damit sie glücklich sind und aufsteigen schön dass ein seiner kinder nach mir genannt hast schüpfung ankommen nein gerade eben perfekt der einer route wird nichts mehr transportiert das ist wahrscheinlich die werkzeuge die ich einmal unterschickt wird die insel wieder voll sind mit werkzeugen das ist möglich ich habe meine ohr in die insel da gehen automatisch immer werkzeuge runter damit immer was da ist für die produktion wenn ich etwas bauen muss und die sind aber voll einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her das heißt wir müssen eine produktion kommt zum erliegen noch mal von bauhäuser ja viel über den orient gelernt ja ganz und gar nicht dass sich auch so so eine produktion kommt zum erliegen als wenn wie schaut es da drüben aus die sind da ich weiß auch nicht wie es dazu kommen konnte schon vergrößern nein dafür brauchen wir steine die saad ist ausgebracht das geht ja gar nicht aber es dir wieder so ist so das heißt hier brauchen wir jetzt das da meine ernennung zum großwesier ist eine besondere ehre für mich der sultan ist jung und voller tatendrang doch weiß er auch den rat eines alten mannes zu schätzen gut wir brauchen felder wir brauchen Felder machen wir noch die einmal zweimal dreimal einmal zweimal kosten gerade ein bisschen reduziert so hier habe ich Sohle dann lad mal voll die Sohle so gut heute leert sich jetzt alle da dann können wir hier wieder was auslagern eine Produktion kommt zum erliegen eine Produktion kommt zum erliegen ein Markthaus dann müssen wir ja bitte alle genug da sein okay warum nicht kein Salz aber ich habe doch Salz oder nicht bei bei Salz das ist echt wenig nicht Eisen ohne Vorkommission So, Straße. Du wirst es verschmerzen. Okay, was gibt es denn hier eigentlich sonst noch genau? Und dann noch einmal. Wenn es weiter nichts ist, womit ich mir hilflich sein kann? Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Und da kaufe ich jetzt mal ein bisschen Salz? Was? Ach, Mann, ey. Echt jetzt, wirklich? Nein. Keine Zeit. Wir wollen immer nur. Ja. Ich muss planen, ich habe jetzt keine Zeit für so Schnickschnack. So, dann haben wir mal das. Dann werden wir noch hier auch noch was bauen. Dann brauchen wir auch noch fünf Stück. Ich weiß, dass ihr alle aufsteigen wollt, aber nein. Wir dürfen es nach dem Trinken. Ja klar, kein Problem. Gleich stillen. So, jetzt müssen wir eine neue Route machen. Und hier. Hier. Auch hier. Hier. Auch hier. Hier. Für später noch das. Ihr braucht das. Oh, der Hund, der hier wältet, der geht mir auf den Keks wieder. Ja, ja, das ist schön. Danke. Das wollte ich doch gar nicht. Das Schiff hier. Nochmal. Route. Und die Massproduktion war wie? Alles klar. Genau das. Mal loslegen. Eure Mitspieler befinden sich im Krieg miteinander. Eine Schonfrist ist abgelaufen, Junge. Was, du hast Krieg mit den Hassern? Ja. Ich habe keinen Bock, mir den zu bezahlen. Ich helfe euch gerne aus. Okay. Und die Flotte endlich mal da. So, was machen wir hier die Waren? Füllt sich. Bleibt stabil. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Da braucht man vielleicht noch was. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Mutter Therese. So. Und die Flotte rein. Und die Flotte. So. Und die Flotte. So. Eieieieiei. Geht schon los? Ja. Komm. Dieser Pisser. Es geht doch. Er hat es gerade ordentlich eingekauft bei mir. Jetzt gibt's Krieg. Der Rat der Zehn dankt. Ah, und jetzt will er sich verziehen, oder was? Wie? Jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Da ist Schnauze voll. Mhm. Wird aber von vier Schiffen angegriffen. Fünf sogar. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Ist der Aufstieg hier offen? Jipp. Fünfunddreißig von neunundachtzig. Er treibt sie nach der Unten rum. Kriegt er jetzt auch noch einen drauf. Einfache. Bürger. Ach, was fehlt den Bürgern. Wir haben zu wenig Gewürze. Wir brauchen mehr Gewürze, Freunde. Wie konnte das passieren? Und hier haben wir aufgeräumt. Und hier haben wir aufgeräumt. Jetzt können wir die Fäder noch wegreißen. Dann können wir hier Gewürze angauen. Welches Bauvorhaben? Welches Bauvorhaben? Ein bisschen tue ich eine Platine. Bredouille. Überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Also, dann muss ich mich da oben um die Sohle kümmern und um das Hanf. Bei anderen Kram. So, dann können wir hier eigentlich vielleicht noch eines bauen. und dann können wir hier noch einmal aufgeräumt. Dann können wir hier noch die Sohle kümmern. Und dann können wir hier noch die Sohle kümmern. Und dann können wir hier noch die Sohle kümmern. Und dann können wir hier noch die Sohle kümmern. Ich versandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Mach ich denn hier mal die Straßen modernisieren? Da muss ich jetzt hier im Kampf oder was? Er will fliehen, das kann er abwissen. Den würde ich jetzt erstmal schön jagen, Freunde. So du jagst ihn? Mhm. Position nehme ich vor ihm und dann attacke ich ihn. Mhm, das ist noch ein Plan. Ihr werdet wieder von mir hören. Das dein Schiff mit der, mit den anderen Schiffen zu beschützen, ruhig mal mit. Die Blockade errichten können. So, treibt sich der Typ hier noch irgendwo rum? Reinschütten. Okay, da oben ist sie live am Kämpfen. Alles klar, da bin ich zu runter. Lass mich ein wenig die Arme greifen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. An dem Schiff, genau, damit wollte ich verkaufen. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Beide ist noch genug drinnen. Unklug gebaut, glaube ich. Aktuell ist er doch hier hin. Ähm, was wäre denn einmal? Was? Ach, kein Holz. Das ist ja schlecht. Kein Holz ist schlecht vor der Hüte. Was, kein Holz? Kein Holz. Holz von meiner Hauptinsel holen. Okay. Wie kann das passieren? Aber halt keine Holzfäller da, beziehungsweise nur wenige. Unter uns. Die neue Nachbarin könnte mir schon gefallen. Was fehlt der? Nein. Der hat nichts mehr zu müssen zu rufen. Das bräuchte ich hier auch noch mal. Wo ist denn das Zeug? Eine Stunde. Oh, da hat er schon Holz, der kleine Mann. Da ist er. Da fällt der Baum. Baum fällt. Okay. Wie viel Moskproduktion habe ich denn hier? Hier habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. 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 Acht reichen für die gesamte Mosk. Brauch halt, ne? Ja. Gut. Ich brauche hier auch acht. Dein Geld ist bei mir im besten Hemd. Okay, da sind auch wieder vier. Es fehlt denen. Alles. Eins, zwei. Alles. Eins, zwei. Ein, drei. Oh, klein an. Ja. Haben wir hier eine? Nö. Da haben wir weit und breit keine mehr. Schiff mal bei da. Okay, meine Lokalschiffe sind da. So, das krieg ich eigentlich dann anders rein. Aber jetzt. Das gefällt mir. Dann sollte er nicht mehr durchkommen. Nein. Auf keinen Fall werde ich den bezahlen. Oh, es gibt immer einen Grund. 6,93. Okay, dann den Must. Muss weg, dann muss das auch weg. Na ja, das ist klar. Vertrauen. Welch grausamer Fehl. Entspanne dich. Mensch. Das ist ein Typ, ey. Kann ich nicht herstellen? Okay, mehr geht nicht. Was fehlt denen? Ach, jetzt haben die wieder keine Gewürze. Wir brauchen noch viel mehr Gewürze. Noch mehr? Ja, die fressen mir die Gewürze. Vom Kopf. Genau. Ich habe schon wieder zwei neue Plantagen geboren. Das reicht immer noch nicht. Oh, speichern? Okay, schon mal gut. Ja, das heißt Halbzeit. Speichern schon mal gut, ja. Spiel gesichert. Das heißt, wir brauchen noch viel mehr Gewürze. Wir brauchen noch eine Gewürzblendage. Hier. Hier hätten wir noch Platz. Wieder. Zack. Zack. So. Vier Stück. Ein gutes Geschäft. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und eine schöne, fette Straße. So. Zwo, vier, sechs, acht. Das sollte reichen, zumindest für die... Geht sich da eigentlich noch was aus? Ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ah, ich kann neue Sachen bauen. Gut, das können wir ja machen. Hier noch Plätze frei. Hallo. Hallo. Hast du schon mal wieder was von Hassan gehört? Ich glaube nicht, wa? Ja. Aber einmal wollte er Geld und dann nicht mehr. Mhm. Dann jetzt kann er nicht mehr. Komm, ich habe ihn abkapselt. Ah, ok. So einer bist du also. Ja. Ich habe ihn jetzt einfach... Ich unterdrücke ihn einfach. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Geht's denen hier eigentlich auch gut. So. Okay. Indekreide wird aufgeladen. Ich sollte hier auch mal die Wege modernisieren. Fleisch. Fleisch. Und den Falkenstein wird abgeladen. Fleisch. Perfekt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Was ist das? Hm? Ach nee. Jetzt ist der, der, der Lord meint gute Geschäfte. Der Herr Lord. Haben wir noch Steine? Nicht mehr so viel. Ja. Okay. Jetzt wird es mal ein Teil modernisiert. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Ja, ja. Nimm dir, was du willst. Habe ich da nicht ein Schiff nach raus geschickt gehabt? So, der ist ja auf einer Route unterwegs. Wo ist mein anderes Schiff? Oh, die Blockade gefällt mir auf jeden Fall. Ach, da steht hier noch ein... Da hat er was zu tun. Ach, da hat er was zu tun. Ach, da sollte ich ihn hier. Das ist mir bewusst, dass du jetzt kommst. Ich wollte hier irgendwo. Was machen. Ich weiß nicht mehr was. Weiß ich auch nicht mehr. Fahre ich mal nach Hause. Hier. Money, money, money. So, wer kann... Wer hier weg? Wer hier weg kriegt? Genau. Drei Wege hin. Und wie war das mit der Handplantage? Ähnlich wie die Most. Naja. Sie haben einen neuen Stadtstatus erlangt. Setzt eure Herrschaft ein würdiges Denkmal. Errichtet einen Palast, wie es keinen zweiten gibt. Eurer Siedlung mangelt es an nichts. Fabelhaft. Oha. Stechen im Finger. Alter Vetter. Was ist denn das? Warum? So. Die banale Krumm. Ah, da gibt es wieder neue Sachen. Zack. Da brauchen wir wieder das. Okay. Oh, das können wir noch wo kommen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Drei. 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 So, der ist da, wenn wir mal handeln, haben wir das, was wir brauchen, oh ja, das mal mit, dann nehmen wir das hier mit und sonst irgendwas drüben? Nee. So, wie geht es euch hier drüben? Hm, wir müssen doch mittlerweile. Was rennt hier gerade falsch? Tödöd. 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 Hm, weil die gerade im Hintergrund. So, ja, Auto, Auto. Auto, was denn das? Auto. Lager voll. Aber bei dem Betrieb kommt irgendwie nichts an. Warum? Dann ist vielleicht, ähm, so weit entfernt oder so? Oh. So. Eine Produktion kommt zum Gelegen. Ich habe die Teppichknüpferei und die hat kein Indigo. Aber die Lager sind voll mit 80 Tonnen. Okay. Hm. Gut, dann machen wir die radikalen Methode. Dies sind die Baupläne, die ich euch jetzt zur Verfügung stellen kann. Oh, das ist radikal. Dann weiß ich auch nicht, wenn das nicht reicht. Dann sieht da liegen so kleine Steinstraße. Oh. Ah ja, jetzt ist da, jetzt kann ich es nämlich selber abholen. So, jetzt rennt die Teppichproduktion. Du produzierst schon Teppiche? Ja, ja. Lange nicht. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Ich versuche gerade erst mal einen Gru, ähm. Oh, den Hassern geht es noch relativ gut. Er hat gerade wieder einen gekauft bei mir. Was? Noch so einen Teppichknüpfer. So, die hier, da wollte ich doch was liefern. Ist das Schiff mittlerweile da? Jo. Ja. So, das heißt, wir müssen hier jetzt etwas bauen. Das hier. Wo haben wir Platz? Ey, wie hat denn der Typ das geschafft? Da hinkommen. Hier haben wir Platz irgendwo und ein Markthaus hier. Ah, das ist ein guter Platz. Ah, das ist ein guter Platz. Dann schauen wir mal, was haben wir hier gebaut. Also, das holt keiner ab. Dann machen wir das. Okay. Eisi. Dann machen wir das hier. Ja, hätte ich jetzt nämlich diesen Hassern, hätte ich den bezahlt, ne? Dann wäre ich ganz schön angearscht. Hätte ich Hassern bezahlt mit seinen 6000, wäre ich ganz schön angearscht gewesen. Eine Handelsroute fehlen die Waren. Oh, die brauchen jetzt auch Indigo. So, was sagt denn hier meine Farben? So wollen alle Indigo. Es leert sich. Hier ist aber Salz. Wenig da. Heißt, ich brauche hier mehr Produktionsgebäude. Indigo Plantage. Wenn wir da noch weitere bauen, ist eigentlich recht günstig. haben wir hier noch, nicht hier, sondern hier, noch Materialien. Jo. Also, wenn wir hier noch eines machen, den Klassiker. Die kriege ein... Was macht die auch ab? Drei Salinen in eins, zwei. Nein. Ach komm schon. Schön positioniert haben. Könnt ihr nicht ein paar Arme ziehen, Obdachgewehren, hm? Nein, nein, nein. Was willst du? Ihr wollt's kommen? Nein. So steht's also um eure Nächstenliebe. Oh, da kann ich mir ja... Aber das Späumchen. So verdient man Geld. Bettler wollen kommen. Patrizia sagen, sie zahlen 16.000, wenn die Bettler nicht kommen. Ich würde sagen, läuft bei dir. Hm, ja. Solow vorkommen, können wir dann in Solow mitbauen? Bis jetzt einigermaßen. So. Da haben wir noch, da können wir noch, da hinten können wir noch... Ja, das geht, das geht, Freunde. Das heißt Indigo. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Indigo ist das neue Schlagwort. Indigo? Ja, genau. Der Farbstoff quasi. Ihr seid ein ehrbarer Mensch. Der Kaiser wird davon erfahren. Gehen. Die Ostenproduktion ist ja scheinbar voll, ja? So, warte, schauen wir mal. Wie viele Plantagen hat so ein Indigo? Das müsste doch eigentlich gehen, wenn wir uns direkt in die Straße setzen. Das ist daher Indigo. Trotzdem platzert für seine ganzen Felder. Und dann bitte noch einen Indigo. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Die kriegen hier mal eine Verlängerung. Hier kann ich noch eine Schweineschlachterei aufbauen, oder? Jetzt drehen sich die Felder wieder nicht. Oha, jetzt wird's knapp. Jetzt bin ich fast bei null. Plus, minus, null. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Überall sind die Korsan, das gibt's doch nicht. Das greift überall jetzt an. Hm? Aber ich frag mich, wie kommt der dort durch? So, hier eine komplette Blockade, da kann doch keiner durch. Dann gehen wir auf Konfrontation. Dann werden wir hier jetzt noch sowas bauen. Was fehlt hier? Ah, okay. Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Dann haben wir hier für ein Boot bleiben, also das ist die Werkzeugroute. So, so dreckiger Korsan. Die ganzen Nachrichten hier löschen, bald eine Stunde um, oder? Hm? Bald müsste eine Stunde um sein, oder? Äh, wir sind jetzt bei 46. Naja. Wir haben noch ein bisschen. Jo. Wir haben noch Zeit. Holz. 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 Ist maximal okay. Ähm, wie sieht die aus mit meinem Fleisch? So. Füllt sich. Der bringt vier. Vier nur? Was? So. Genau. Wollte hier noch was machen. Und zwar. Die. Schöne. Haben wir da noch nichts? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ach, das geht ja noch nicht. Ja, da war ja doch der Haken. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Schiff fertiggestellt. So. Das gefällt mir. Ich habe eine wichtige Sache zu erledigen. Könntet ihr mir dabei zur Hand gehen? Ja, vielleicht. Drei, sieh. Ne, dafür habe ich gerade keine Zeit. Mach ich. Okay, da haben wir nicht wirklich viel auf Lager. Wieso nicht. Ah. Okay. Dann können wir mal ausbauen. Okay. Dann brauchen wir auch irgendwo ein Lagergebäude. Den können wir auch mal ausbauen. Und jeder hat bekommen, was er wollte. So. Ja. Oder nicht auch hier. Eine Produktion. Ihr seid äußerst vielseitig. Dann kommen wir hier auch aus. Und was ist hier los? Eine Kohle, warum nicht? Ein fairer Handel. Wo die Kohle hier reingeht, ne? Nö, wo geht die Kohle hin? Hä? Einer ihrer Betriebe stellt keine Wagen mehr. Ja, da ist so eine Fliege, die fliegt ums Mikro. Das hört ihn wie jeder so richtig. Mhm. So. Freunde. Noch nicht wieviel. Jetzt müsste auch hier wieder ein bisschen was weiter gehen. Ach, wenn die ganzen Markthäuser jetzt ausgebaut sind. Sind die mal mein Schiff da? Immer noch nicht. Das ist mein Schiff. Ach, wir können die Wege auch mal wieder etwas ausbauen. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß nicht. Zum kommt zum Erliegen. Auf einer Insel ist ein Gewitter aufgezogen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ein schwarzes Unwetter? Oh mein Gott. Mhm, Unwetter. Vergesst den Auftrag. Er ist nicht länger von Bedeutung. So. Wie schauts hier drüben im Lager aus? 19. 19. Leert sich. Oh je. So ziehen wir zu wenig. Was haben wir denn? Auf der Route bringen wir die direkt drüber. Das heißt, wir müssen drüben ausbauen. So. Schauen wir mal, was ist das hier rein? Lager füllt sich, Lager füllt sich. Das heißt, wir könnten das bauen, wenn uns nicht Ressourcen finden würden. So ist das Recht. Was brauchst du denn? Ne. Äh. Holz. Aber es wird eh produziert. Ich kann dir auch welches verkaufen, ne? So ist es nicht. Beziehungsweise ich müsste es einfach nur mal von einer Insel auf die andere rüber bringen. Guck mal hier. Genau, weil hier habe ich ja gerappelt voll. Muss das nur abholen. Ich muss mehr Seile produzieren. Die gehen weg wie nix. Okay. Steine habe ich, das habe ich, das habe ich, Glas könnte ich mitnehmen. Okay. Entspann dich doch mal. Die Verfehlungen für das 병ion von Pri Bad Helmet heranziehen. UNG Ihre Wasservorräte werden... Ein Steinbruch. Wir brauchen Wasser, dann kriegt ihr Wasser. Braucht sonst noch mehr Wasser. Wie schaut's hier aus mit Wasser. Ich kann eigentlich wieder nachfüllen. Mach ich einen Steinbruch. Dann geh ich einen Steinbruch, dann kann ich noch reinern. Da geht ja weg wie nix. Reicht nicht, komme ich nicht ran. Teppich. Das hätten wir geregelt. Dann fehlt eigentlich nur noch das hier. Das kann ich aber noch nicht bauen. Diese Baupläne könnten euch nützen. Weil mein Ansehen noch zu schlecht ist. Was? Ach du Scheiße. Was? Hier brennt's. Es brennt? Ja. Habe ich schnell eine Feuerwehr gebaut. Ach du Kacke. Feuerwehr, lösch! Genau, lösch. Geht's, löschen, Freunde. Und der Ort, geh aus dem Weg. Ich zieh nix. Ja, jetzt ist das Haus abgebrannt. Warum? So. Alter, hier wird ja alles zerstört gerade. Wie brennt's? Was ist denn hier los? Brennt eins nachher an den anderen gerade ab? Ja. Na ja, nö, aber irgendwie. Hä? Ach, das Unwetter zerstört meine Felder. Waren mehr hier. Uh. Das ist schlecht. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Das ist sehr schlecht. Gut. Jetzt denen hier. Da haben wir noch sonst alles. Geil, ziehen wir das auf. Irgendwetter aufhören. Ich möchte das nicht. Ey, jetzt ist da auch noch. Ey, hallo? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wie lange geht denn dieses Unwetter hier noch? Das ist voll uncool. Da brennt jetzt Hüt ab. Welche Häuser sehen baufällig aus? So, jetzt haben wir hier wieder gehen. Hallo, Feuerwehr. Feuerwehr. Das ist schön. So, da wollten wir das hier. Ah, die löschen schon. Ey, dieses Unwetter geht mir ja ein bisschen auf den Keks, ey. Ach, du Scheiße, auch noch. Äh, wie soll ich das beheben? Äh, äh, äh. Scheiße. Ach, da hinten auch. Oh nein, hier brennt ja überall was. Meine Stadt brennt da. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hier. Die ganze Stadt brennt? Nö, hier brennt es überall jetzt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber ein guter Kliefhänger. Wir haben gerade die Stunde. Echt? Also, bis jetzt hat er noch nicht gespeichert. Ja, das wäre doch jetzt eine perfekte Stelle, oder? Naja, aber wenn er jetzt speichert, dann haben wir das ja so mal gemacht. Okay, gelöscht. Aber ich habe keinen Zimmermann hier. Ah, nee. Boah, ein Zimmermann. Zimmermann. Da ist es Feuer, da ist es Feuer, da ist es Feuer, da ist es Feuer, da brauche ich hier noch ein Zimmermann. Und das ist wirklich schon eine Stunde rum, ja? Ja, also jetzt hier auf jeden Fall eine Stunde. Dein Geld ist bei mir in bestem Herzen. Jetzt speichert er auch. Perfekt. Ja, gut, dann mach ich gleich mal Pause hier. Genau. So, okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, was? Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.